Hey Leute, wenn ihr euch fragt, wie ihr für die Influencer-Falle Energiezellen spenden könnt, das macht ihr, indem ihr auf die Influencer-Falle draufklickt, auf Spenden geht, dort dann hier den Button Spenden auswählt. Ich kann das gerade leider nicht mehr, weil ich meine Energiezellen alle schon gespendet habe. Wenn ihr auf den Button draufgeklickt habt, dann öffnet sich noch ein Fenster und da könnt ihr dann mit so einem Schieberegler verstellen, wie viele Energiezellen ihr spenden wollt. Eure Anzahl seht ihr hier oben. Je nachdem, wie viele insgesamt gespendet werden, seht ihr hier das Verteidigungssystem, was wir aktuell haben, plus den Truppenangriff, den wir aktuell als Bonus bekommen. Und ihr seht hier, welches Verteidigungssystem wir als nächstes freischalten und ebenfalls den Bonus, den wir an Schaden austeilen. Hier seht ihr, was wir zum Erreichen des nächsten Verteidigungssystems benötigen. Und hier könnt ihr dann auch nochmal sehen, welches Level genau bewirkt. Wenn ihr das gemacht habt, dann helft ihr, das Monster stärker zu machen und gleichzeitig helft ihr uns auch dabei, für alle, die teilnehmen, bessere Belohnungen aus dem Event rauszuziehen. Energiezellen bekommt ihr, wenn ihr eure Intel-Missionen abschließt. Ich kann gerade keine mehr auswählen, aber bei bestimmten Intel-Missionen seht ihr da dann bei den Belohnungen oder bei den möglichen Belohnungen das Icon von den Energiezellen. Und sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr eine Energiezelle und könnt diese in der Falle spenden. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey Leute, es gibt einen kleinen Nachtrag. Und zwar habe ich... Wollte ich euch einmal zeigen, wie das dann mit den Energiezellen spenden genau aussieht. Da wählt ihr dann hier die Menge aus oder drückt hier aufs Plus. Spenden. Da kommt dann Bonus. Mit dem Anhang habt ihr ein Screenshot von den Intels, wo ihr dann die Belohnungen seht. Ich würde jetzt einfach mal schauen. Ich würde mich nicht finden, wie das dann mit den Hörgeren geht. Ich würde mich einfach anschauen. Ich würde mich nicht vorstellen.